Willkommen zurück, Leute, zu Bravely Default. Wir befinden uns in Enchheim, der Heimat von Agnes. Würde ich zumindest so behaupten, dass es ihre Heimat ist. Nur 20 PG pro Nacht. Ja, ich möchte... Ich möchte nicht nur ergreifen, die Magiepunkte von Ringable voll aufladen. Und das geht halt nur in sowas. Ja, früher gab es das kostenlos, in Kaldiesler war das halt umsonst. Jetzt nicht mehr. Die Zahnräder von Enchheim. Äh, gerade erst aufgewacht und schon wieder müde, Tiss. Es ist diese Stadt. Ist dir nicht auch aufgefallen, dass sich hier überall, wo man hinkommt, Zahnräder drehen? Sicher, der Lärm ist manchmal echt Ohrenbetäubend. Kein Wunder, dass dieser Ort für seine große Uhr bekannt ist. Die Geräusche sind schon schlimm, aber die Vibrationen sind noch schlimmer. Ich kann bei diesem Gesumme einfach nicht einschlafen. Es überrascht mich, dass du so empfindlich bist. Überrascht? Ich beneide dich um deine Fähigkeit, jederzeit und überall einschlafen zu können, Idia. Brauchst du noch ein wenig Ruhe, Tiss? Oh nein, es wird schon gehen. Lass uns aufbrechen. Wunderbar. Ja, dann wollen wir mal diese Stadt hier so ein bisschen erkunden. Da ist jemand, den du kennenlernen solltest. KI-Freunde. Diese tapferen Helden stehen dir zur Seite. Wenn gerade mal keine Freunde zur Hand sind, über Abby Link oder so, kannst du sie genauso rufen wie normale Freunde. Schön. Du bist jetzt mit einem Freund-Bot befreundet. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das ist gut. Ja. Okay. Wie ich sehe, bist du ziemlich beschäftigt. Speichern. Ja, danke. Speicherung läuft. Schaltet das System bitte nicht aus. Fortfahren. Ich... Boah, Leute. Ich kriege ja Rückenschmerzen. Das ist der Wahnsinn. Sitze ich denn schon wieder so komisch? Habe ich den Monitor schon wieder so komisch eingestellt? Das ist ein Traum. So, wir sollen da hinten irgendwo hin. Kohle haben wir sowieso nicht, um uns irgendwas zu kaufen. Dementsprechend ist das gerade relativ egal. Können wir auch genauso gut hier zum Schloss, oder? Ist das das Schloss? Haben die überhaupt ein Schloss? Schloss garland. Das ist ein kleines Schwerst. So, Hello. Wir müssen die Schwerst machen. Das ist die Kumpel. Das ist so klein wie die Nacht nach. In der Zeitung dieser Krise. Sie wurden aufgerichtet und wurde sich in der Lage. Die Schwerst bebetriften die Schwerst. Manually, I, your king, lack words to thank you for your hard work. However, I am much aggrieved to say that energy production is less than one-fifth its former total. At this rate, our proud kingdom, renowned for its unparalleled industry, is doomed to ineluctable decline. I find myself without recourse but to revisit my prior fiat regarding the schedule of all able-bodied citizens. Henceforth, labor shall commence at 0900 hours and will extend beyond the current 1659 until 2059. Effective... What? We're flesh and blood. We need rest. In so doing, turbine output is expected to rise to 30% of its former value before the wind sees output of... Your majesty! Your majesty! Brave news! What? The Vestal? Be calm, my children. I know your pain all too well. My heart bleeds just as yours. But I ask that you join me in remembering the cause of our woes. The crystal orthodoxy and the Vestal's inderness. Therein lies the true cause of the wind's absence. And what has the great Vestal done since the air went still? What did she do in the face of your suffering? She abandoned you, fled the country to save herself alone. In this, Anshim's first and direst hour of need, the Vestal we loved and trusted is powerless or unwilling to help. Though it pains me deeply to tell you of these things, I cannot deny this simple truth. What resolution can be brought about to this terrible crisis? The crystal orthodoxy is not but a hollow creed. What result of years of worship at the altar of the crystal brought us? Once more I say it, it is by our own hands that we shall push this glorious kingdom ever forward. Onward to still greater glory! There! Just now, that leer! That was aimed at us! Seems that little speech was for your benefit, Agnes. It's slanderous what it is. That crepe's giving you no chance at all to defend yourself. Agnes! Also, we can tell you what you want to say. Der König führt irgendetwas im Schilde. Also, der ist nicht, der ist auf jeden Fall nicht ganz geheuer. Und habt ihr gesehen, wie lange die arbeiten sollen? Ich bitte euch! Vorher war die Arbeitszeit schon scheiße, aber bis 9 Uhr, ja, klar. Du hast die ganze Rede über Recht angespannt gewirkt. Du musst nicht ganz allein damit zurechtkommen. Ich bin zwar kein Fachmann, aber ich hör dir gern zu. Es lässt sich nicht abstreiten, dass die Menschen von Ensheim nicht mit meinem Schaffen als Westernin zufrieden sind. Ich habe nicht die Absicht, nach Ausreden zu suchen. Aber davon gelaufen bist du auch nicht, oder? Der König hat mich selbst darum gebeten. Er sagte, dass furchtbare Dinge in Kaldisla geschehen und hat mich aufgefordert, der Sache auf den Grund zu gehen. Nun stellte er es jedoch völlig anders dar. Ich verstehe nicht, warum er sich jetzt dazu genötigt fühlt, Lügen zu verbreiten. Hegt er einen Gräuel gegen mich? Habe ich ihm Unrecht getan? Bereust du es, ihn überhaupt angehört zu haben? Nein, ich bereue meine Zeit in Kaldisla nicht. Als ich diesen Abgrund mit eigenen Augen erblickt habe, da wurde mir sofort klar, was ich zu tun habe. Und außerdem hast du dort auch Tiss getroffen. Das ist... Das ist wohl kaum... Ich bin froh, dass du gekommen bist, um den Abgrund ebenfalls gesehen hast. Du hast mir einen Weg aufgezeigt, dem ich folgen kann. Gesegnet ist die Person, die von jemand anderem gebraucht wird. Hm? Was sagst du? Worüber sprecht ihr denn? Nichts über gar nichts. Warum rückst du dann nicht mit der Sprache heraus? Komm schon, schließ mich nicht aus. Ich will es wissen. Inakzeptabel. Für mich und Tiss. Oder Tiss? Äh, ja. Habe ich nicht begriffen. Ja, ich würde sagen, wir stellen den König mal direkt zur Rede, oder? Will ich schon sagen. Dem Typen werden aber die Levyten gelesen. Das ist der Palast. Okay, der ist schön, oder? Also sowieso. Oh, guck mal, die ganze Stadt sieht so geil aus. Und die Musik hier. Das ist ein Traum. 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 Ich bin froh, ich bin froh, dass Sie nicht völlig egal sind. Die Turbine, die in der Herzen sind das Herz, die größten Symbols ihrer Wissen, jetzt schreien meine Hand. Die Hand unserer Bürgerinnen, Kompulsory-Labor-Service, unsere Survival-Hinge jetzt auf ihren Verbruch. Und sogar das wird nicht lange dauern. Wir brauchen diese Pfanne, wieder zurückzunehmen. Nicht von unseren Händen, sondern von der Wind. Und wer ist es, dass die Wind blöde, wenn nicht die Vestals? Ich kann mich nicht von anderen Werten, die Sie geben, außer das. Insofern... Will Sie jetzt enden die Gefahr, die Ihre Nehliginheit hat für diese Land? Für ihre Leute? Oder ist das außerhalb von Ihren Gehäten? Vielleicht würden Sie schneller wieder zurückgehen. Gehen weg von der Flucht von Ihren Leute. Wenn das alles Sieg wünschen, würde ich nach meinem Weg sagen, werde ich auf meinem Weg gehen. Ich habe nicht die Zeit, um hier zu verbrechen. Ich habe nicht Zeit, um hier zu verbrechen. Ich habe nicht die Zeit, um hier zu verbrechen. Ich habe nicht die Zeit, um hier zu verbrechen. Also der Typ ist ein riesen Arschloch und ich würde sagen, der hat uns auch in die Falle gelockt. Also, komplett. Die Himmelsritter, den Himmelsrittern gesagt, wo sie hingeht und so ein Scheiß wahrscheinlich. Ich habe nicht die Angst, um mich zu verbrechen. Ich habe nicht die Angst, um mich zu verbrechen. Der König mich befreitert. Seine Art war weit von gut, aber er sah nicht gefährlich. Die Leute, die ihn zu hören hören, haben mich befreitert. Alle in dieser Stadt, sie sehen mich nur als Vestal, nicht ein Mensch. Ich weiß nicht, wie sie zu sprechen. Ich denke, es machte meine Legen zu schmerzen. Das erklärt, den schönen Tag du hast, seitdem wir hier sind. Ich fühlte mich, nach dieser kleinen Gespräch. Sie sehen, seine Gesichter? Es war blau. Ich habe ihn ausgedrückt. Ich habe ihn ausgedrückt, um halbwegs durch seine Sprache. Ich habe nicht viel Zeit, um die Leute zu hören. Jetzt werden die Frauen. In any case, wir würden besser nach dem Tempel gehen. Das ist alles, was ich tun kann. Also gut, dann wollen wir versuchen, den Wind zurückzuholen, oder? Nebenszenarios. Blaue Markierung auf der Karte. Ist dir eine blaue Markierung auf der Karte im unteren Bildschirm aufgefallen? Um ein Nebenszenario voranzutreiben, begibst du dich einfach dorthin. Neben Szenarios sind deine Chance, eine völlig neue Seite der Asterisk-Träger kennenzulernen. Verfolge ihre Geschichte und schnappe dir ihren Asterisk, um mächtige neue Jobs freizuschalten. Das ist vielleicht nicht nur das Allerdümmste, was man machen kann. Was ist das für ein Tempel? Wie sieht dieser Tempel denn genau aus? Ich weiß gar nicht, was mich erwartet. Es ist ein heiliger Ort, der schon seit Jahrtausenden als Stätte des Glaubens dient. Jedem Kristall wird eine Vestalin zugedacht, die ihr ganzes Leben in ständigem Gebet verbringt. Anwärterinnen, also Mädchen, die als Nachfolgerinnen der Vestalin ausgewählt wurden, gehen in die Tempel, um dort zu leben. Sie verlassen die Tempelanlagen nur sehr selten. Für eine Vestalin ist der Tempel daher auch gleichzeitig ihr Zuhause. Ein Blomengarten, zu dem Jungen keinen Zutritt haben? Sei still, Ringabell! Du hast dein Leben also im Tempel verbracht, seit du eine Anwärterin wurdest? Ich habe ihn nur selten verlassen, außer für einige öffentliche Riten, die alljährlich stattfinden. Soll das heißen, dass du ganz allein warst? War das denn nicht schwer? Ich war nicht allein, nein. Die Mutter Vestalin, meine Vorgängerin, hat mich aufgezogen, damit ich eines Tages ihren Platz einnehme. Und dann waren da ja auch noch die Priesterinnen. Sie gingen immer in die Stadt und kauften, was wir brauchten. Aber du hast den Tempel für diese Reise verlassen. Ich denke, das zeigt, wie wichtig es dir war. Nein, eigentlich hatte ich nie die Absicht, den Tempel zu verlassen. Ich wollte nichts von alledem. Gut, ich würde aber trotzdem sagen, dass wir versuchen, die Nebenmission voranzutreiben. Bei den Job und so. Hätte ich ja schon ganz gerne. Ist das hier drin? Ist wahrscheinlich hier drin. Gucken wir mal, was es da für einen Job zu holen gibt. Händlergesellschaft, Karma und Profiteur. Über die wurde doch auch kurz geredet, oder? Ach, das ist er. Der komische Typ. Ah, guten Tag! Ich glaube, das ist unser erstes Meeting, ja? Erruti, Profiteur. Herrmann der Kammer und Profiteur Merchandtrie. At Ihr Service. Wie kind of you to pay me this visit. Jetzt, was ist es, was ihr braucht heute? Wir sind der einzige Profeierer der Wasser, von dem King selbst. Und wir prüfen in unseren Produkt. No effort be spared in providing the cleanest, freshest water possible. The results are clear. Ha, ha, ha! What are you, Moyes? Ah, but I have lost the time again. I have appointments waiting, my friends. Let us speak again soon. Guard! Our honored guests are leaving. See there, see now. Have a refreshing day! Der Typ nutzt sein Wassermonopol aus, wetten wir. Okay, das war auf jeden Fall der Punkt. Und jetzt, äh... Ja, aber das ist immer noch da, ne? Ne, jetzt woanders, jetzt... Das hier? Keine Ahnung. Kann man so schwer abschätzen, weil es ja auf der Karte nicht so offensichtlich ist. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Jaaa, da geht's schon gut voran hier. Merkt man. Ganz klar. Okay, das war die Neben... Handlung. Geht's da hinten noch weiter, oder ist das einfach nur ein anderer Ausgang? Das ist wahrscheinlich nur ein anderer Ausgang, oder? Aus der Stadt? Tatsächlich, tatsächlich. Ich bin gerade ein bisschen heiß darauf, die Nebenmissionen voranzutreiben, bei der Oase, ne? Lasst uns da mal vorbeigucken. Das können wir auf jeden Fall noch in diesem Part schnell machen. Oh, hier sehen wir. Hilfe! Genau. Kann es noch einmal gehen! branches! Ich... Ich wurde verlobbed! Was? Die genommen mir das Wasser Presse! Meine armor mehr��wegenä und sogar das Fräischenauer, auf dem historicestenž kidangi. Die genommen alle! Das Mensch von der Schädelware! Da ging nichts an das hier. Die regierungskождения wird nichts an Thema plastic considering. Sie kam hier. Sie sagten, dass es sicher ist. Wie soll ich zu überleben, wenn ich meine Leben riskiere, jedes Mal, ich brauche Wasser? Versuchen Sie sich ruhig. Sie wissen, wo diese Thieves sind jetzt? Die... 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 die hinter dir sind! Ja, wo sind wir da denn jetzt reingeraten? Bitte. Sie müssen das zu stoppen. Lassen Sie alles, was Sie haben, und verlassen Sie diesen Ort einmal! Was ist das denn? Wer sind sie? Ich habe keine Worte von diesem Ort. Lass es aus, es ist zu heiß für das. Veränder der Pläne, Leute. Wir sind fertig hier. Warte! Lassen Sie die Gooden Sie haben! Sie wissen, wie es die Thiebe funktioniert, dann? Ich bin schon genug. Ich sehe schon, also der Job, den wir bekommen werden, das ist wahrscheinlich der Dieb. Nehme ich jetzt einfach mal an und wir sollen dann halt gegen die Diebe da kämpfen. Okay! Ich würde sagen, ich speichere das Ding hier mal ganz schnell ab und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part wieder, wenn wir zum Tempel des Windes gehen oder uns mit den Dieben anlegen. Ich weiß es nicht, vielleicht gehen wir auch erst zum Tempel, um noch ein bisschen zu leveln. Ich nehme einfach mal an, dass man da ein bisschen leveln wird auf dem Weg oder so. Keine Ahnung. Wir sehen uns auf jeden Fall, Leute. Bis dann und ciao!